Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA Online Custom Maps, mit mir den Play gestartet. Schön, hä? Ha! Ebenso mit dabei ist der, äh, René. Brrste! Und der Luigi. Erzählst du den Kommentaren? Äh, was hat man fürchtet? Äh, Moment mal, wir müssen hier irgendwie nach oben. Hä? Ihr wisst, wo dann geht? Oh, Tarnenplatte. Oh, Tarnenplatte. Moment. Also, ich bin falsch. Ich glaub ja nicht, dass du falsch bist. Funktioniert der Aufzug? Und du bist ein Aufzug. Ich weiß nicht. Geh weg hinter mir! AAAAA! LOL. Au, aah. Ui, uah, aah. Ich bin irgendwie da hochkommen. Echt? Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Das sind auf jeden Fall Rampen. Oh, du bist ja echt Rampen. Wo sind Rampen? Du bist ja auch blind. Du bist ja auch blind. Du bist ja auch blind. Guck mal hier. Bleib doch stehen! Guck mal hier? Wow. Wo sind denn hier Rampen? Das war wohl nicht. Nein! Oh, wey! Warum ist GTA-Modus schon wieder aus, ey? Du bist, ey! Ah, das ist ein Rampen, jetzt seh ich's. Ha, easy, alter. Jetzt, ein Jump und drüfter. Truppe! Truppe! Scheiß-Auto! Truppe mit der Suppe! Ey, René, verpiss dich da mal! Na klar, dass du lügig über den Scheiß immer. Ja, du Lappen! Was ist denn hier? Ja, du Lappen! Äh, richtig gut funktioniert. So wiegt das noch nicht? Halt die... Schnurr! Ist da da? Oh. Halt's Maul hier, komm! Äh, warte, wo ist denn mit der Finger? Halt's Maul hier, komm! Äh, aber, 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 aber. Ah, die sieht man aber echt ganz schlecht bei dem Wetter hier, du, ne? Ich will ja jetzt nicht sagen, aber, die seien schon schlecht. Ja, ne Props an den, äh, Meerbeerbauer. Und an den Host. Pfe! Oh, sorry. Hä? Was ist das für mich so schlecht? Er hat mich gerannt, nicht. Es geht nicht, es geht einfach nicht. Guck dich mal an, du gehst nicht. Easy, first try. Ey, nee. Alter Maul. Jetzt macht er einen auf Kev, oder was? Wuh! First try! Nein! Nein! Ich bin wieder drunter. Du, 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 du. Du scheiße, SnapApp! Ich hab gesagt, iche es gegen SnapApp darin. Hey, Loeffer, was geht ab, Mann? Was? Wer? Hallo! Easy for start try. Easy, Alter. Gleigestalt! Wer der? Machen Sie mal ein bisschen schneller, Dead-Armit. Für was denn? Oh, das könnte eine Weile dauern, liebe Freunde. gratuliert ihr mir nicht zur hundert folge ihr lappen hallo ich dachte ihr seid fleißige zuschauer informiert euch selber mein zuschauer ich guck mir einmal an guck mir deine anmod an und dann gib ich daumen hoch oder daumen runter ach so meistens daumen runter ne du trottel ich hätte eiskalten daumen runter gegeben ich komm da nicht hoch was du kriegst kein hoch das tut mir leid das auch nein 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 nichts auf hätte er wieder zwischen rein du wenn du bist gesagt ich bin dafür apropos rasieren ich habe jetzt so richtig fiesen ausschlag im gesicht weil du dich nicht rasiert das oder weil ich mich rasiert habe beziehungsweise das wirst du auch noch lernen wenn du alt genug ist dass man auch und das ist ein barbier gibt der kümmert sich um bartha genau du meinst wenn dein vater sich rasieren das oder das nein und er hat ein after chef drauf gemacht dass ich glaube ich nicht so wirklich gut vertrage hi was geht ab fahr einfach du ich habe einen auf meinem heft gemalt weil ich einen satz vollendet habe aber ich weiß nicht wo der punkt hier ist irgendwo dahinten fährt doch irgendwer rum ich versuche den jetzt einfach warum kann man denn nicht absteigen ich könnte jetzt entweder ich könnte es nicht ich weiß nicht ob das richtig ist wenn ich hier lang gehe ich habe den eindruck nämlich das nicht ich kann es nicht ja auch ich bin mir besser eigentlich nicht nicht aufzunehmen und dann ich habe mich zuerst gemacht aber das war immer wieder ganz unten angekommen oh man so luigi was treibste loigi was treibste luigi sorry hast du dir den punkt ercheated hast du dir dem punkt ercheated luigi der redet nicht mehr mit mir der lachen warum redet er nicht mehr mit mir luigi hallo ich war doch schon durch das geht wo ist dieser scheiß punkte klar man muss einfach nur ganz oben hin oder so tun so tun das kannst du gut so tun als ob so tun als ob warum muss ich da immer bei immer noch was alten her sie hinterher sagen hat er ernsthaft hier nicht ein punkt da eingebaut der map ja alter warum ist denn hier alle zu dunkel wer hat denn das licht ausgemacht ja aber ich habe mich vorgedreht okay also man kann hier wohl nicht abkürzen schieten weil ich weiß ich irgendwelche von euch gefragt hat ich bin mal kurz beim angebäude hoch hochgefahren und das war richtig gut von mir also ich möchte ganz kurz an wart ihr schon oben bei den container ja also ich muss sagen ich das weiteste was bei mir war war der fünf war die fünfte rampe ich war komplett durch und dann nebenbei durch den schlitz gefallen du bist durch einen schlitz gefallen ja das sind wir alle wenn wir als wir geboren wurden ne würde ich jetzt auch nicht sagen also ich wurde einfach per kaiserschlitz wobei selbst dann wäre es eigentlich ein uncool schlitz wie uncool sehr uncool ich war halt damals schon reingebaut das sind hier diskussionen fsk 18 ok 16 wie kann denn der kleine mit seinen 14 jährchen überhaupt bei fsk 18 content mitreden das geht doch gar nicht ich hab 16 gesagt ok vielleicht bin ich ja gar nicht mit seinen 14 ist er trotzdem nicht berechtigt selbst bei fsk 16 mitzumachen weißt du vielleicht bin ich ja gar nicht 14 vielleicht liebe ich euch mal das schneidest du nicht mama luigi bitte mal kurz melden ja ich hab ihn alter cheater was hat er immer mit seinem fu wo muss ich hin nach ganz unten baby don't hurt me don't hurt me auch der tipp vom barbier shop darf das oder was ja der ist auch nett achso der ist auch nett und volljährig der mag mich das ist mein freund ja so ungefähr bist du da stark erst? fast fast also ich glaub zu dem friseur schrägstrich barbier geh ich hin seit ich äh seit ich eigentlich in dieser stadt wohne ungefähr also drei tage fast okay ich möchte nicht sagen mein leben lang aber so ungefähr seitdem du im bart hast nein ich habe keinen bock mehr ich habe keinen bock mehr krasser ja na also endlich mal wieder ich hab's oben aufgeschafft wenn dir nichts mehr schweres kommt dann kannst du die folge kannst du mich bitte äh level asian troll nö ja doch weil ne dann einfach der übrigens für die leute die es noch nicht wissen es ist ne level asian alter was hat der da gebaut der tipp man könnte einfach ich sag's einfach nicht ja man man könnte so leicht schieten bei der matna aber ich sag's nicht so container zum zweiten mal fast könnte jetzt einfach mal versuchen den wirklich level asian style steil oder style zu nehmen stile äh stipsilon jetzt hier hoch auch noch das hochkraxel endet ja nie eh da ist noch am ja is alter muss ich so durchkriegen so meine damen und herren was warum stirbt denn der einfach oh man ja ja komm halt mal oh wo fahrt denn wo fahrt denn ihr überall lang hey leute ich will jetzt nix sagen aber bis auf dem bis auf den scheißen am anfang ist die map easy wie kann ich nicht beurteilen okay ich hab's jetzt grad eben bis zu dem bis hinter die container geschafft und als ich auf diese komischen mülldinger draus springen sollte stirbt der typ einfach oh nie das war voll gay ha gay ja so ungefähr ja wusstet ihr dass der bei 2010 oder so der bei den olympischen dingen spielen der zweitplatzierte irgendwas mit gay also mit nachnamen gay heißt Tyson gay richtig Tyson gay verrückt ne ist der wohl also hat ja wohl ein problem damit das sind fragen äh hey sag mal Rene wo bist'n du Rene Rene ich fühl mich sehr verarscht Luigi wo ist der Rene Fini warum macht man denn den GTA Modus aus Junge ich könnt den warum gibt's überhaupt andere modis als den GTA Modus erstmal reden du Spast hehehe 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 hey aufhärts bitte hallo dann halt mich und habt ihr schon den ersten Punkt? ne ich arbeite dran ich weiß nicht sagen aber ich bin schon bei 12 von 14 ja glückwunsch ich schaffe die ich bin halt auf dem Weg wieder mal nach oben 30 Minuten das ist Rekordzeit zu den Müllcontainern way too Müllcontainer the new let's play hehehe ungefähr ja so jetzt haben wir's doch oder? danke oh oh fast verkackt hey warte ich kann gleich ins Ziel fahren oh ne oh ne also es wird nochmal richtig lustig zum Schluss hin glaub ich ah ne wird's doch nicht für die sieben jawoll ich bin oben oh ne vorerst bei der Punktlandung da ich seh den Punkt oh ne ich glaub man muss ins Ziel gleiten auf jeden Fall sind hier boosts geil das ist doch genau dein Ding oder? ok ja gleiten habe ich's und macht er den das sieht gut aus das sieht gut aus das sieht gut aus ich äh ich bin grad ein bisschen überfordert warte äh Luigi wenn ich jetzt da ich muss ich über das warte 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 du darfst nicht fahr nicht diese Rampen also fahr nicht das vorgegeben sondern warte ich muss dir eben zuschauen hier durch warte 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 bleib mal ganz gechillt ich bin noch da rechts du kannst ja rechts einfach gerade nein 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 da rein hier rein nein 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 da der letzte der letzte ui was guck mal bald war was du kannst einfach anlaufen nehmen und gerade auf die Plattform springen jetzt mal ernsthaft du willst mich jetzt nicht verarschen ich will dich nicht verarschen ich hab's so geschafft was ist wenn du mich verarscht ich verarscht ich hab's so geschafft ich schwöre sag an was 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 ok was wenn du mich jetzt verarscht so dann hm hm hä ich verarsch dich aber nicht ne 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 ich möchte jetzt von dir was hören ne strafe ne strafe für dich wenn wenn du mich jetzt verarscht so darfst du mich wenn wir uns mal sehen auspeitschen pfff und dann kannst du davon ein Video machen und das auf Youtube ne das das wärg nur falsche hä keine ahnung was willst du denn? soll ich dir nen Porsche kaufen? das wär ne gute Idee hä stupfst mich an egal wie soll das gehen alter wir sind auf einer höhe hier du kannst du kannst wenn du jetzt einfach losfährst und wheelie ziehst von hier von da aus musst du einfach warte warte fahr'n fahr'n stück weiter nach also nach rechts nicht soweit das nuclear muss der scheiß gehen ob wo 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 von hier das ist ja viel zu hoch so ich niemals er redet nicht mit mir ja du musst fahr doch einfach jetzt zieh wheelie und fahr grad' aus lol ok lo sacri hat es noch mal Glück gehabt killer ja ich kann's halt weißt du Wo ist der nächste Pseud? Ich schneid sie kurz raus, ne? Ich muss mal kurz an die Klingel bei uns... Schneid mal kurz raus, ne? Achso, du meinst... Ich dachte, du meinst Karten. Sooo... Au. Richtig schön erwischt hat's mich hier gerade. Easy... I, I... U, U, U... Au! Rene, was ist bei dir los? Ach, ich schaff das nicht. Das ist ja gar nicht so schwer. Erstmal. Ne, jetzt mal ernsthaft. Tada! Oh. Also, bis jetzt ist die... Hä? Kann ich da einfach hochfahren? Oh. Oh. Nein. Voll über Hörer dagegen geklatscht. Ohhhh... Ich muss da irgendwie drauf. Aber wie? Hmhm... Pfff... Pfff... im grunde musst du alles nur hochfahren vielmehr ist es nicht ist mir schon klar aber trotzdem schaffe ich es nicht an was scheitert es denn an allem das ist ein argument an der map ich hasse den levelations kommt schon anny volle möhre in die wand geklatscht so mag ich das oh nein oh man das war doch schön knapp oh nein pfosten wie kann man denn gegen den pfosten knallen da wer baut diesen scheiß pfosten wieder ausrichten aha easy und wieder runter ach läuft doch nicht runter darüber aber wie okay dann geben wir halt vollgas weil wir das so gut können alles easy na klar hör mal na klar angenommen äh wie soll ich da hoch ja da rechts ist ne bank rechts rechts nee nicht die die andere nicht die ja ok oder doch easy first try hatte ich auch würde ich hier deine stelle jetzt außer ueaaay bonk au nach da hinten weg da auto batz endes name ist ja richtig schön von oben drückt d ach so wenn es weiter nichts ist ich beeil mich renne ich beeil mich natürlich für dich wo muss ich hin hat renne den punkt jetzt schon ich glaube er hat mal davon gehört ja ja ich weiß aber immerhin ist waaaah 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 verdammt aber ich dachte ich hol mir mal wieder ne frische Wäsche ab aber du willst doch jetzt die Playgestalt trollen oder? na na gott Das würde er nie wagen. Achja, übrigens, was musst du? Du musst nach da, ja. Ich hab's ja auch gemerkt. So würde ich den Jump nicht nehmen, weil du jetzt entmountest, ja. Fahr einfach geradeaus durch. Also nicht nach links abbiegen. Ne? Einfach geradeaus durch. Als auch der jetzt da drüben ist. Oh oh. Ja. Ja. Ich glaube, nein. Selbst klappen können aber. Versuch möglichst nichts mitzunehmen. Und komplett durchzuziehen. Also komplett mini durchziehen, damit du so vieles bisschen mitkommst. Das geht jetzt. Auch leidend. Oh oh. Das wird nix. Was ein Dulli. Ei, 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 ei. Junge, hör doch mal auf mich. Möglichst nichts mitnehmen. Und einfach geradeaus durchziehen. Wasserhindernis. Und von neu. Was cooles. Oh oh. Was schwule. Steine. Oh. Safe. Beim ersten Versuch. Ach so. Ich mein, ich hätte das jetzt auch ganz eilig gemacht. Nein, das jetzt so zusammen einfach. Das ist das jetzt mal dein erstes Try ist. Eben. Wieso muss ich jetzt da rüber? Das ist doch doof. Kennst du die Technik mit 5A? Achso. Ne, du schlussst den Trailer, ne? Naja, mit 5A kenn ich. Ja, ja, klar. Mit 5,8. Kurz. Ok. Ja. Bisschen Speed musst du drauf haben, ne? Ungefähr so viel? Ja. Ok. So, jetzt brauchst du eigentlich... Fahr einfach mal durch, zieh die und dann landest du schon. Fahr nochmal durch. Achja, ich bring wirklich nichts ins Meer rein, ne? Aber das... ...sollte man hinkriegen. Da hab ich da gesagt, das getan. Da ist eine Anzung, die treff ich! Ich hab nichts... Ich hab nichts gesagt. Das geht's nicht. Da war noch eine Pfütze übrig. Alter bist du gut. So, hier der Safe Bitches. Geht doch! Steine! Äh, hier, halt! Andere Richtung! Hu! Gleite doch, du F***er! Easy! Easy! Also, ich... Ich... Ich seh mich eigentlich als... Sieger. Also... Ohne mich hättest du's nicht geschafft. Das würd ich so nicht behaupten. Das würd ich immer mal sowas von behaupten. Hm... Nein, das glaub ich nicht. Luigi... Der Lebens... Saver. Du bist doch so ein Lebens-Saver, du Lebens-Saver, ey. Gibt's doch gar nicht. Lebens-Leber. Was? Na, du Leber. Du Leber. Kennst du die Leute, die einfach komplett scheiße in jedem Game sind? Ja, ich spiel grad mit einem. Ja. René. Na, dem meinte ich jetzt ausnahmsweise nicht. Ja, liebe Freunde. Dann war's das mit der 100. Folge. War doch am Ende recht, äh, amüsant. Ich fand die Strecke jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Le... Chien. Das Hündchen. Bra. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf dem Kanal seid, ein Abo, würde mich sehr freuen. Ich geb noch ein Däumchen nach oben. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. May the fun be with you. Schöner. Auch da rein.